Musik 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 Also mein Großvater, der Heinrich Vetter, war ja ein ganz großer Mann und der wurde von den Leuten mit ihr angeredet. Der war Schmiedemeister und ich war damals um die 10. Da hat er mir gezeigt, wie man schmiedet. Der Amboss steht auch hinter mir in der Werkstatt und da hat er mir gezeigt, wie man schmiedet. Das haben wir dann auch immer wieder mal wiederholt, obwohl die Oma immer gesagt hat, das stinkt so. Natürlich schmiede ich vor Gericht halt, aber es stinkt nicht. Und irgendwann ist mein Großvater leider verstorben und ich konnte da auch nicht mehr schmieden, weil mein Onkel gemeint hat, ich werde zu jung für am Amboss rumzuschmieden und hat den Amboss verkauft. Jahre später habe ich den Amboss wieder zurückgekauft. Und wie gesagt, der steht jetzt bei mir hinter mir in meiner Werkstatt. Und auf jeden Fall habe ich dann nachher irgendwann Berufsfachschule gemacht. Und der Lehrmeister, bei dem wir dann auch Schmiedeunterricht hatten, der war Schüler bei meinem Großvater gewesen. Und der hat mir Dinge gezeigt und die sind mir irgendwie leicht von der Hand gegangen. Er hat mir gesagt, Schwenk, du merktest, du mit deinem Großvater, mit deinem alten Vetter verwandt bist. Manchmal denke ich, er schaut mir zu und er wird auch sicher stolz sein auf mich. Ich habe auch hier ein paar Fotos hängen. Da ist er 1915 abgebildet am Amboss und später im Alter von 85 Jahren gibt es noch ein Foto. Das hängt auch hier bei mir an meine sogenannte Pinnwand, an der Metalltür. Und ich denke, mein Großvater, auch meine Mutter, die wären stolz darauf, was ich mache, weil mein Großvater auch ein leidenschaftlicher Schmied war. Der hat ja im Betrieb gearbeitet, bis er 75 war. Und später hat er daheim halt noch, hat er ja auch eine kleine Schmiede noch gehabt, wo er mich dann auch ans Schmiedefeuer geführt hat. Und das Feuer brennt heute noch. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Als ich jung war und wollte einen Beruf lernen, da wollte ich immer Schmiede lernen, aber da haben die Schmiede Heizungsrohre geschweißt. Das war jetzt nicht das, was ich als Traumberuf hatte, also habe ich was anderes gelernt, habe aber auch Schmieden mit dabei gelernt, habe einen Gesellebrief gemacht, bin jahrelang auf Montage gefahren, dann habe ich gedacht, du musst mehr machen. Dann habe ich ein Fachabitur gemacht, dann habe ich ein Ingenieurstudium gemacht, bin auch als Serviceingenieur überall auf der Welt gewesen und habe Maschinen und Anlagenbetrieb genommen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so jetzt machst du dich selbstständig, jetzt machst du das, was du immer machen wolltest und da habe ich eine Firma gegründet und habe erst daheim in meine, ich hatte eine Doppelgarage oder eine Dreifachgarage, da habe ich angefangen. Und 1999 habe ich dann hier am Standort gebaut. Wenn jetzt einer sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich werde jetzt Schmied, der kann auch gleich aufhören, weil es ist ein Handwerk. Das Handwerk sagt schon aus, man muss auch zupacken, man hat natürlich einen Kran und man hat Geräte, die einem helfen, aber trotzdem muss man das Stück Eisen festhalten, um es zu schmieden und man braucht Geschick und man braucht hier und da auch ein bisschen Kraft. Natürlich gibt es Hemmer in allen Größen, wenn wir Schmiedekurse machen, haben wir auch manchmal Gruppen mit Frauen, die schmieden halt mit leichteren Hemmern, die müssen dafür öfter draufschlagen. Aber im Großen und Ganzen ist es schon ein Handwerk, wo man zupacken muss und man kann kreativ sein und das ist ja auch, man hat ein Stück Eisen oder ein Stück Stahl und aus dem Stück Stahl kann man irgendwas machen. Man kann das, es wird weich wie Knete, wenn es 1100 Grad hat, man kann kurzzeitig das verformen und man gibt dem die Form, die man eigentlich erdacht hat. Und wenn man es dann fertig hat, dann hat man was geschaffen, was auch ein Unikat ist und nicht einfach vom 3D-Drucker gedruckt oder so. Also ich hatte ja die Idee gehabt, was zu machen und da hatten wir ja erstmal Nägel geschmiedet in der Gruppe mit acht Schmieden, da war auch der hessische Innenminister Peter Beute bei. Als ich die ins Ahrtal gebracht habe, die sind natürlich da auch versteigert worden für dreieinhalbtausend Euro und das Geld wurde gespendet und das war mir aber für mich persönlich an Hilfe zu wenig. Und da habe ich da nachts ein paar Mal überlegt und da habe ich gesagt, machst ein Kreuz auf dem Grabhügel. Das habe ich dann auch so gestaltet mit 134 Nagelköpfen, die einzeln vernietet wurden. Das steht für die 134 Opfer, die da ums Leben gekommen sind. Und dann ein Kreuz im christlichen Glauben ist das Kreuz. Eimer Tod und auch Trauer und die Rose, die sich dann durch das Kreuz windet, die steht für Liebe, Hoffnung, Wiederauberstehung und natürlich das Nicht-Vergessen. Und somit konnte ich das alles in einem Gegenstand vereinen und das habe ich auch eingefärbt. Das habe ich künstlich rosten lassen und schwarze Stellen glasiert, außerhalb wird Wasser in den Grabhügel eindringen. Das soll das Hochwasser symbolisieren. Und alles das, was ich zum Ausdruck bringen wollte, wurde auch von den Leuten, die es gesehen haben, erkannt. Als ich es vorgestellt habe in dem Zelt bei ungefähr 1800 Leuten, kurz vor der Versteigerung, da haben Leute geweint, wie ich das erzählt habe, was ich da interpretieren wollte. Und als es dann versteigert wurde für 24.000 Euro war natürlich großer Jubel im Zelt, weil das Geld kam ja direkt zugunsten der Ahrtal Fluthilfe. Am nächsten Tag kam auch unser Bundespräsident nach Grafschaft zum Helfer Shuttle und hat den Menschen dort gedankt für ihr Schaffen und für ihr Helfen. Und ich hatte dann die Idee, ob es die Möglichkeit gibt, mit dem Bundespräsidenten zu schmieden. Und die Manager vom Helfer Shuttle waren begeistert. Die haben das dann auch mit den Organisatoren geregelt und dann kam das auch zustande. Und unser Bundespräsident kam dann zu mir und wir haben gemeinsam einen Helfernagel geschmiedet am Amboss. Das hat er auch ganz gut gemacht. Er hat übrigens diese Schürze getragen, ja. Und nachdem wir den Nagel geschmiedet haben, habe ich ihm dann auch das Mahnmal gezeigt. Und da hat er ganz bedächtig auch mit den Händen so drüber gefahren über diese 134 Köpfe, die ja für 134 Tote stehen. Und da hat er mir trotz Corona hat er mir die Hand gegeben und hat mit der linken Hand vier Mal draufgeschlagen und hat gesagt Respekt, Respekt. .